Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stonehurst. Wir bauen unsere Workshops ganz fleißig. Und mein Bett... hast du es gebaut? Ja, wunderbar. Dann können wir jetzt unser Bett für unsere neuen Mitbewohner hier hinstellen. Zack. Hat ja auch was Gemütliches zum Schlafen. Und ich hoffe, wir kriegen heute noch einen neuen. Das wäre super. Er muss erstmal leveln, bis wir Shepard machen können. Oh, yeah. So. Daily Update. Woo! Ich freue mich. Was will er? Nee, danke. Abi-Groda. Willkommen bei uns. Willkommen. So. Da bauen sie fleißig. Ist das alles schon fertig, oder was? Nicht? Wollt ihr aufzubauen? Oh nein. Ähm. Da ist wohl was stuck gegangen, würde ich sagen. Hm? Jetzt vielleicht? Nein? Oh, fuck. Ja, würde ich sagen. Haben wir unseren ersten Bug. Wie move das mal? Ähm. Dafür durf rumzustehen. Na los. Bewegt euch. Hm. Schon ein bisschen merkwürdig gerade. Arbeitsverweigerung. Hm. Was ist denn hier los? Freunde, das ist nicht okay. Aha. Aha. Hier stimmt was nicht. Okay. Wir lassen ja erstmal weiterarbeiten. Und zur nächsten Folge. Welche denn einmal neu starten. Vielleicht hilft das ja. Das Haus, wenn wir hier trotzdem mal neu bauen. Oder? Äh. Vielleicht geht's nach dem Essen. Ja, wieder. Gucken wir mal. Da hakt gerade irgendwas. Ja, ja. Das kann schon mal passieren. So, wir können nochmal den Workshop verschieben. Ähm. Hm. So. Workshop. Farmer Level 1. Juhu. Schön, schön. So. Dann einmal das Bettchen verschieben. Hm. Okay. Wunderbar. Aber hier ist noch schwierig gerade. Das will nicht mehr so ganz weggehen. Ähm. Hm. Erase vielleicht? Erase, erase. Nee. Da ist wohl was schief gegangen. Komm schon. Ah. Kacke. Tja. Das will echt nicht mehr. Schade. Tja, das, ähm... Passiert halt. Okay. Dann vielleicht mal mit dem nächsten Gebäude probieren. Erstmal muss der Baum da weg. Der muss weg. Weiche Baum. Weiche. So. Und. Häuschen. Oh, oh, oh. Okay, wollen wir das erste hier ran. Und zwar... Hm. Strohdach? Ach ja. Starbuilding. Sehr gut. Vielleicht wollen wir jetzt mal wieder mitspielen hier. Ja? Meine Freunde. So, jetzt können wir auch einen Waver einstellen. Waver. Haben wir hier einen, der... ...gerad Arbeitsweigerungen betreibt? Außer die, die sich grad ausruhen. Sieht gut aus. Die bauen auf jeden Fall wieder. Äh, dann haben wir mal irgendwo da hin hier. Alaina. Zack. Waver. So, da darfst du direkt deinen Workshop mal hier hinstellen. Jetzt denke ich mit dem Trapper aus. Hat der Trapper inzwischen mal Beute eingefahren? Ja, ein bisschen. Sehr schön. Wo ist denn unser Trapper? Haben wir hier eine Betrachtung gekriegt? Footman Level 2. Oh, apropos Footman. Ah, da kämpft er auch schon. Gegen die Goblins. Ja. Sehr schön. Guckst du nicht auf beiden, nicht auf beide. Geht doch. Aller down. Aller down. Okay. Alles wieder gut. Sehr schön. So. Wunderbar. So. Wunderbar. Wunderbar. Und, äh, das, äh, vielleicht kriegen wir das ja hin. Mal sehen. Ich hoffe, sie machen weiter. Äh, äh. Sieht schlecht aus. Verdammt. Hm. Was läuft hier nur falsch, ist die Frage. Das ist eine gute Frage. Wo ist euer Problem, Freunde? Wo ist euer Problem? Hm. Vielleicht, wenn ich hier nochmal manuell drüber baue? Vielleicht wollen wir das ja nehmen. Erstmal der W-Update. Futter. Juhu. Wunderbar. Prima. Was willst du? Nein. Oh Gott. Oh Gott. Errors. Überall Errors. Hm. Okay. Äh. Nächster Versuch. Custom Building. Oh. Nein. So nicht. Äh. So. Schon eher. Okay. Wände. Mh. Eine Tür. Und ein Fenster. Und ein Dach. Warten wir mal. Rot. Warum nicht? Und. Start. Hm. Jetzt vielleicht. Vielleicht. Vielleicht haben wir ja Glück. Die kann ich aber gar nicht mehr anklicken. Ah. Das ist blöd. Aha. Jetzt wird's wieder was. Okay. Da haben sie noch Probleme mit dem Custom Buildings. Das kann passieren. Kann passieren. So. Stockpile wird auch schon ziemlich voll. Das ist gut. Ach genau. Wir können mal ein paar Laternen verteilen. Laterne. Laterne. Aha. Die lassen sich ordentlich platzieren. Wie schön. So. Zwei. Vier. Sechs. Wie hab ich gemacht? Ich hab acht. Ja. Ist erstmal okay. Die hier bauen. Ist das auch okay? Hoff ich. Ah. Was ist mit unserem Trapper? Gleich. Hm. Wie kann ich denn hier einen Menschen auswählen? Ist die Frage. Wie komme ich da hin? Hm. Hm. Manage Your Workshops gibt's irgendwie auch noch nicht. Nee. Äh. Nee. Doppelklick. Rechtsklick. Linksklick. Bittelklick. Auch nicht. Gut. Farbe Level 2. Auch gut. Trapper. Dayton. Humpen. Hm. Da bist sie ja. Nicht Job changen. Sondern. Angucken. Achso. Wenn wir. Warte mal. Hm. Nö. Geht auch nicht. Gut. Dann läuft nicht. Hey. Du musst arbeiten. Hier. Los. Woll mir die Tiere. Yeah. Eichhörnchen oder so. Flupp. Hm. Carpenter Level 3. Wie schön. So. Können wir uns einmal drüber nachdenken. Hier hinten mal eine Mauer zu ziehen. Vielleicht. Dem ist noch weg auf jeden Fall. Können wir hier ein Lager hinbauen. Vielleicht auch noch eins. Und dann da. Stadtmauer. Yeah. Passt nur auf die Goblins auf. Hab alles im Blick. Kein Thema. Das ist so idyllisch. Idyllisch. Lalalala. Wunderbar. So. Dann. Geht das denn so einfach? Guck mal. Also. Einfach mal eine Mauer. Steinmauer mit Steinpiller. Ist ja das Problem, dass wir nicht so viel Stein haben. Ha. Wie weit war das jetzt? Ne. Warte mal. Undo. Kann ich wirklich einfach so eine... Ah, das hat ein Maximal. Gut. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Da gibt's wieder Goblin-Kloppe. Sehr gut. Hier. Tut was dagegen. Los. Wo war ich? Beim Wendeziehen. So. Rein theoretisch. Müsste das funktionieren. Kann ich da noch ein Dach draufsetzen? Das wäre witzig. Nicht wirklich. Schade. Hm. Aber so eine Mauer? Und hier. Haben wir sehr richtige Mauern gebaut. Hm. Brauchen wir jetzt mal hier so ein... So eine Mine. Slicey. Spicy. Fucky. So. Natürlich wieder aus dem Defend-Mode raus. Und jetzt können wir weiterarbeiten. Oh, wow. Ist doch beide schon ziemlich voll. Ja. Ja. Ist aber nicht schlimm. Weiterbauen, Leute. Weiterbauen. Daily Update. Juhu. Ein neuer Hafen. Jetzt hat's. Huh. Yay. Was will er? Nein. Was machst du denn hin so weit weg? Das ist aber nicht gut. Ja, dann würde ich sagen. Ist ja schon mal ganz fein aus. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Auch mit den Bugs, die hier irgendwie gerade durch die Gegend geistern. Wir werden sehen. Naja, ich würde euch mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.